Die VWT-Übung kräftigt die Schulterblatt-Zwischen Muskulatur- und Rotatorenmanschette und verbessert die Überkopfbeweglichkeit. Beuge deine Knie leicht, lehne dich nach vorne, halte die Wirbelsäule gestreckt und lasse deine Arme hängen. Führe dann beide ausgestreckte Arme gleichzeitig über deinen Kopf eng an deinen Ohren vorbei, ein V nachahmend. Führe sie mit Kontrolle in die Ausgangsstellung zurück und hebe sie erneut etwas weiter von deinen Ohren entfernt ein W bildend. Als letztes bringe deine Arme im 90 Grad Winkel rechts und links von deiner Brust nach hinten zusammen. Diese Übung kannst du im Stehen oder im Sitzen ausführen.